Marco verleitet mich zum Blödsinn machen. Siehe letzte Folge. Das willst du doch wegschneiden. Nö. Das fandest du doch gerade. Nö, schneide ich nicht weg. Ich lasse alles so drin. Ich brauche jetzt Obsidian. Eins. Zwei. Drei. Vier. Wow. Das war ein schöner Grafikfehler gerade. Haben wir noch irgendwo einen Eisenhelm? Ja. Sogar zwei. Die crafte ich jetzt zusammen. Und ich brauche einen Stick. Ähm, wo war sie denn da? Ja. So. Ähm, du. Hohohohoho. Was machst du gerade? Rechnen. Warum? Ach, nur so. Hä? Ah, jetzt. Ah. Lauf mal rum. Ich sehe, wo du langbläufst. Das sieht so bedömmert aus. Ich weiß. Komm, lass. Ich weiß. Wir brauchen Armour-State. Ich muss unbedingt Armour-State herstellen. Haben wir noch Black Quartz? Kann doch gerade nicht abgehen. Ähm, ja. 17 Stück. So denn? Na, hier hinten in der Erzkiste. Was macht das in der Erzkiste? Weil Black Quartz Erz ist. Black Quartz ist kein Erz. Jedenfalls nicht in diesem Modpack. Black Quartz ist ein Erz. Nicht in diesem Modpack. Doch. Das stellen wir her eigentlich. Der Ultra-Zimmer ist das ein Erz. Du stellst auch andere Erze her, die per Flüssigkeiten zusammengecraftet werden. Oh, du wirst bei dem Hut auf jeden Fall sichtbehindert, ey. Sichtbehindert? Das wird gibt's nicht. Hä? Was ist denn mit dem los? Armour-State? Bist du kaputt? Nein. Armour-State? Bist du kaputt? Ja, ist so! Wieso sollte der Armour-State kaputt sein? Hä? Ja, guck doch mal! Ja, warte mal. Was soll ich denn schauen? Pass auf, ich setz den Helm drauf. Der bleibt immer in diese Richtung, egal wie du den Armour-State drehst. Jo, ich würd sagen, Pech gehabt. Naja, waren ja bloß 5 Dears. Ne, ne, keine Sorge. Sowas würd ich nicht herstellen, wenns wirklich so teuer ist. Ich kann halt leider nicht mehr sagen, weil du jetzt auch so viel oder wenn nicht gar mehr Farben warst. Ja, ich brauch immer noch Enderperlen. Oh, es ist Nacht. Äh, nein, nein. Nein, keine Endermänner. Nein, Skelett, verpiss dich. Die kommen eigentlich immer zufällig. Wenn man sie findet, dann hat man sie. Naja, ich brauche zwei Enderperlen. Ja, aber auf Kommando weiß ich allein schon, dass das nicht funktioniert. Dann machst du was falsch. Weil du jetzt einen hast, oder warum? Nö, noch nicht, aber... Du hast mich schon wieder auf. Du hast mich die ganze Nacht abgelenkt. Das kann doch nicht wahr sein. Wenn du jetzt echt damit anfängst, dann... Die ganze Nacht hast du mich abgelenkt. Also echt... Ich höre einen Enderman. Hi Enderman! Wow, eine Enderperle. Mann, ich will noch eine Enderperle haben. Kann man die nicht irgendwie herstellen? Irgendwie sind meine Mob-Sounds heute irgendwie... Ganz schön laut, also... Ja... Du dreckige Kack... Spinne, ey. Ruhig, Bluteig. Nächster Enderman! Ah! Vier Enderperlen! Der war gerade bei mir. Ich habe drei Enderperlen aus dem Enderperlen gekriegt. So, wo ist das Teil, was ich jetzt bauen wollte? Äh... Äh... Grün-Ei? Nee, das machen wir nicht. Hier, ich brauche das, haben wir alles. Das... Okay, so geht das nicht. Äh... Ja... Da haben wir es doch. Na doch, ach... Eye of Ender brauche ich dazu. Sag mir das doch. Doch... Äh... Hallo? Nee, oder? Wie macht man das Kack-Auge? Mit Blase Powder. Im Chemical Reactor. Haben wir den? Nö. Ich versuche es jetzt einfach mal. Alois Metal geht auch nicht. Schön. Scheiße! Ich wollte das Teil herstellen. Das war so cool. Denke ich. Allein denke ich. Ja, ich weiß es nicht, ob es cool ist. Aber die Maschine ist ja auch noch eine Quest. Von daher setze ich mich da demnächst mal ran. Äh... So... Das da rein, das da rein... Ansonsten haben wir denn noch was. Badass Glasses. Line. Kranmagnet. Ach stimmt, man kann sich ja so einen Kran auf den Rücken schneiden. Item Kanone. Boah, die Dinger sehen bestimmt geil aus auf dem Boot. Gab es diesen Kranmagneten nicht auch schon in... Säftech? Äh... Habst du den nicht dort auch schon gebaut? Ja, da gab es den auch, weil da ja auch Open Block drauf ist. Der ist so ein Magic Beast. Ah, das auch. Ah, da braucht man Eye of Ender. Ah, okay, ich crafte das nicht. Aber ich könnte so einen XP-Speicher bauen. Könntest du gerne machen, ich habe immer noch 64 Level. Ich nur noch 6. Ich bin ja heute von einem Skelett abgeschossen worden. Ach ja. Aber das würde ich dann beim nächsten Mal, oder das würde ich dann off-screen alles machen, weil das ist jetzt alles so eine Spielerei. Ja, ich will nun unbedingt heute noch diese scheiß Medium Zelle fertig kriegen. Ja, das ist jetzt auch meine letzte Aufnahme für heute. Ich habe den gleich fertig. Ja, ich muss noch mindestens 10 Minuten aufnehmen. Dann habe ich meine Zeit auch ran. Ah, Mann. Wird ja auch mal Zeit, ey. Gibt es da nicht noch eine Größe eigentlich von? Ja. Die baue ich aber nie im Leben, ey. Fick dich, Alter. Ich wollte was ordentliches zu fressen. Krieg wieder verkackte Melon-Smoothies. So, ich muss jetzt noch die Zeit hier strecken. Dann gehe ich noch mal ins Nähter. Gucken, ob ich ein großer Skelett klatsche. Also, normalerweise müssten wir eben Villager mehr haben. Die haben von mir jetzt jeder vier Brot zugeworfen gekriegt bekommen. Ja, wenn sie keinen Bock haben, haben sie keinen Bock. So ein Arschgang. Oh, sogar Quarz baut der jetzt instant abschicken. Schön, schön, schön. Okay, meine böse Skelette. Komm zu Papa. Ach, ich hatte mir ja noch eine zweite Festung markiert. Stimmt. Ich werde da das nächste Mal hingehen. Gefährlich, gefährlich, gefährlich. Ach, hier ist der Spawner. Gefährlich, gefährlich ist das hier. Ja! Aber einfach mal freistehender Spawner. Tschüss. Oh Mann. Ein einziges Wizzerskelett will ich haben. So. 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 Ich befahre nur ein bisschen Kobold und Arlite nebenbei. Bis ich mir so ein Skelett auf dem Bad... Skelett oder in der Welt? Skelett. Wösser Skelett. Ich will ein Wösser Skelett. Aber du bist ja jetzt raus, wie ich gesehen habe. Was geht denn da ab? Was sag ich dir nach der Aufnahme? Ja. Ich höre zwar ein Gast, aber ich finde kein Wösser Skelett. Schöne Nähterfestung. Ich fühle mich gerade hart verarscht. Gleich muss er dich noch verabschieden. Ja, ich weiß, das heißt... Black Friday Week ist das für mich aber ein Trick. Ah, ich habe jetzt gehört. Da, komm. Ja, und Instant Drop of Evil und ich mache mir jetzt ein schwarzes Lasso. Und ich höre das... Für den Korb Profi. Ich will ihn nicht für was anderes verwenden. Den kann man aber auch fürs Lasso verwenden. Ich versuche jetzt noch ein Zwerten zu kriegen. Aber da ist keins mehr gespawnt. Sonst benutze ihn doch erstmal für diesen schwarzen Boden, weil daraus waren ja tausende wilder Skeletten. Ich habe das schon fürs Lassen verbraucht jetzt. Denn... Warte, ich glaube auch der Angel Ring müsste hier drin sein. Ne, schade. Ah, nur der Angel Block. Archangel Smite. Okay. Ist ein schöner Ring auf jeden Fall. So, die Festung geht hier hinten noch weiter. Ne, da gibt es auch nichts mehr. Und ich höre das nächste Skelett. Das ist glaube ich über mir. Oder unter mir. Hä? Da ist es. Ne, wir haben keinen Druck. Oh, hier sind noch welche. Oh ne, da unten ist Nitro Creeper. Ich habe noch einen Drop of Evil. Alles was ich brauche habe ich. Und damit endet die Folge. Ne. Ne, ich bin erst bei 17 Minuten. Noch ist sie nicht zu Ende. Allein erst bei 17 Minuten. Also, wie lange wird sie wieder in der 30 Minuten Folge machen? Ne, 20 bis 25 Minuten Folge mache ich. Wenn sie länger als 25 Minuten sind, vergesse ich immer mal auf die Zeit zu gucken. Ja, und ich kann die Folge strecken, weil ich nicht mehr sprinten kann. Läuft. Okay, ich komme gleich wieder. Ja. Ah, da lang. Das. 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 Da. Das. 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 das da, das da, das raus, warum ist das da drin, hä, das soll dort rein, das da, das kommt da rein, das Obsidian auch erst einmal, äh, das kommt da rein, das kommt da rein, das kommt da rein, und der braucht wieder empty Zellen, ähm, so, haben wir keine mehr, dann muss ich die das nächste mal herstellen, schade, schade Schokolade,